So Leute, beginnen wir mit dem ersten Video. Tyjanik hat eine Parodie von Jause gemacht in Minecraft. Da bin ich aber mal gespannt. Das war ein Witz. Ich bin kein bisschen gespannt. Okay, das ist krass. Er hat das komplette Video von Jause in Minecraft nachgemacht. Das ist heftig. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Was, Junge? Warum ist Dena in dem Club? Dena war nicht im Jause-Musikvideo, Alter. Dena war nicht im Jause-Musikvideo. Alter, wie der sogar die Hosen gemodelt hat. Bro, mach mir mal lieber Minecraft-Thomben als auf Ehre, Alter, wenn du so gut darin bist. Holy shit, Junge. Kopf, whiskey, Koda für die Zähne, denn auf Putzen gar kein Bock. Meine Haare stillen ab und ich drück sie einfach platt. Kurzer Blick auf den Kopf. Alter, wie krass, oder? Post, mein Boss, der ruft mich an. Er hat ein iPhone in Minecraft gemodelt. Ich glaub's nicht. Nein, nein, da geh ich jetzt nicht ran. Hab keinen Bock auf meinen Job. Heute ist Jause dran. Digga, das komplette Video einfach in Minecraft nachgemacht. Das ist insane. Das ist krass gut, Mann. Oh nein, ich weiß an das Geben. Da hat der Update, Alter. Schaut euch Update an. Ey, der Meinecke sieht so nach Meinecke aus. Alter. Wie krank, Mann. Diese Location hat der auch nachgebaut. Digga. Da ist die Villa. Das ist einfach die Villa. Ey, wie krass, Mann. Alter, wie geil. Mit dem Unge dabei, Junge. Das ist ja zu heftig. Der hat das komplett gemodelt. Diese Zieharmoniker hat der einfach gemodelt. Die kippen immer mehr, doch der Sprit geht langsam leer. Alter. Sie macht mir schöne Augen und ich hol sie einfach her. Vom Club geht's an den Strand und ich... Wie krass. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir gleiten in den Sand und wir jausen ganz entspannt. Die Himmelsterne klar, endlich sind wir... Wie geil, Alter. Wir beide da. Sie zieht sich langsam aus. Viel zu wild. Viel zu wild. Wie geil auf diese Halte und ich denk an ihre Spalte. Und es kommt mir in den Sinn. Wo ist es neu, du juchst mich hin. Es kann nichts besser, das geht... Alter. Alter. Ich kann nicht widerstehen. Heute Abend werden wir feiern. Da gab es Don Balbano. Don Balbano darf niemals in einem Musikvideo vorkommen. Heute Abend wird's abgehen. Alle sind hier für die Hause. Das ist mit Labi-Mozzi-Moz gemacht. Trotzdem krass. Das ist einfach Unges Abend. Wie da einfach Jan tätowiert wird. Junge. Zu wild. Zu wild, Alter. Nächstes Mal, Leo. Wir machen ein ganzes Musikvideo in Minecraft. Krass, 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 alter. Zu fucking wild, wirklich. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Crazy nice, bro. Krass geil. Zu Hause, setzt euch mit der Familie aufs Sofa und wird euch... Und macht nach Hause. Und guckt zusammen lustige YouTube-Videos. Unge. Krass, Leute. Krasses Ding, Alter. Fertig, schaut euch an Tjanic, Alter. Checkt auf jeden Fall mal gerne seine anderen Kameras, seine Kurzfilme und sowas. Das wird auf jeden Fall... Ähm... Das wird auf jeden Fall nochmal hier... Einen gesonderten Upload bei mir geben. Ja, das wird auf jeden Fall sein. Und...